10 gegen... Ich weiss so nicht, einfach 10 ist extrem schwierig. Jetzt habe ich ein bisschen besseres Team. Ist es nicht etwas hier? Also komm, schick einladig. Geschickt. Das Ding oben rechts hat kommen. Mit rechtem Stick. Ah, hier. Witzschecke. Hey, du musst mir mal eine Playlist ziehen. Findest du dich auf Spotify, Mann? Ja, sie ist drauf. Yes. Ich warte jetzt auch gleich. Es ist aber nice. Jetzt habe ich den Manning von den Giants. Ich suche Zauber Giants. Geil, geil, geil. Oh, ich weiss nicht nach welchem... Ich suche nicht nach dem Kaepernick, was ich so kann. Ja, ich müsste eben mal ein bisschen mehr spielen und vielleicht auch mal das Spiel gewinnen. Alter, aber hast du schon mal online gegen andere gespielt? Nein. Nein. Die Verreissen, die verdammt. Ich weiss nicht, dass ich jedes Spiel verloren habe. Der Haus ist hoch. Ich weiss nicht. Ich weiss gar nicht, wie... Ah, fuck. Der Schmidt hat es vergeben. Hey, aber wie kannst du über diese Scheissspieler drüberkumpen und so? Das muss ich mal rausfinden. Das ist eben nicht mehr. Äh... Konzepts. Woah, 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 woah. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, nice. Wie bin ich jetzt hier durchgekommen? Eigentlich wollte ich gar nicht. Ich wollte einen weiten Pass spielen. Und dann auf zwei Mal später der Pass drüber... Alter, der ist jetzt nice gewesen. Ja. Das ist ein schlechter Weh. Was? Ich habe Probleme beim Haus umbauen. Was für ein Haus umbauen? Das ist ein Minecrafter. Ja. Oh, shit. Sonne. Fuck. Alles abreissen, neu machen. Ja, genau. Josi, musst du dann mal schauen, ob du dir schauen kannst, wie klein er sich vorfällt. Ja, nein! 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 Aber ich habe ihn gefasst. Nein! Incomplete. Ich habe ihn gefasst. Ah. Fuck. Vor allem, er wollte jemanden zum Anderen ausspielen. Vor allem, das Geile ist jetzt, wenn ich Twitch streame und ich die Party aufnehmen kann, kann ich es dann auch auf YouTube tun. Ah! Nein! 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 Fass nicht auf! Das muss ich jetzt parten. Hm. Was? Nein! Ohne Scheisse! Da bin ich fast nicht in die Suche gekommen. Der hat jetzt Flasch vergeben. Schade. Äh. Scheisse. Äh. Äh. Ja. 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 Falsche Kamera. Ja! Fuck! Alter! Ich würde mich so aufregen als Quarterback, weil die Spieler die Passe nicht annehmen. Vor allem, wenn sie so perfekt kamen, weisst du. Ja! Vor allem, du hättest ihn dann noch fast gehabt! Du hättest ihn dann noch fast gehabt! Ja! Nein! 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 Alter! What the fuck! Nice! Nice! Alter, was macht die Dame? Was macht die Dame? Was ist das? Alter! Was ist das? So eine Zappliche! Das ist auch der Hasse! Nein! 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 Der ist Komplett, oder? Inkomplett! Ich meinte Inkomplett! Nein! Inkomplett! Ah! Der hätte die 13 Magen gewonnen, der Komplett! Ohne Scheisse! Der war natürlich gut! Das war also so gut! Das war gut! Was ist das? Der wurde schon gut! Das war doch nicht gut! Das war wirklich gut! Das war ein Tobspieler! Das war ja gut! Das war gut! Das war doch gut! Das war gut! Das war gut! 16 Yards at the top, nice. Wenn ich das nochmal mache, dann habe ich nicht gedacht, wenn ich noch mal so ein kippe. Nein, 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 nein. All you have to do is watch the head of the receiver. When they drop football, usually it's because you can see their head move the other way before the football gets to the top. Blue 16! That's what happened this time, and it's a drop pass. 2nd and 10. Ah, incomplete! Nice! Oh, Alter, das waren 45 Yards. Mmmmm. Auf was hast du dein Team gemacht? Auf long pass, oder was? Vorher habe ich es auf 5. Nein! Nein! Alter! Touchdown! No! Nein! Nein! Fuck! Ah, Chef! Alter, da habe ich jetzt effektiv Uhren vergeben. Oh, Scheiss! Ich hätte ja noch drei Mal tacklen können. Shit! 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 Ich habe jetzt das Field-Goal. Hast du gesehen? Er hat einen Pass-Flag. Er hat ihn noch getacklet. 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 Aber er hat das auch nicht gezählt. Er hat ihn noch getacklet. Du kannst jetzt entscheiden. Aha! Block that kick! Er ist drüber. Ist das einfach gut, oder nicht? Ja, ich bin eigentlich 20 Jahre da. Also von dem her ist es für mich nicht so toll. Aha! Ja, sonst hättest du noch einen Return. Ja. Ach so. Ich habe jetzt die andere Perspektive, Mann. Ja. Genau so. Nein! Nein! Komm! Ja! 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 Ich sehe meine Spieler gar nicht, Mann! Alter! Hey! Alter! Alter! Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte nicht Spieler wechseln. Was läuft? 80 Yard Touchdown! Hey! Was läuft? Ich konnte nicht Spieler wechseln. Mein Spieler war immer noch der, der hier hinten am Boden ist. Hä? Das ist komisch. Wieso konnte ich nicht Spieler wechseln? Alter! 80 Yard! 11 Sekunden! Das war jetzt ganz komisch. Äh! Seck, komm nicht weg, du Idiot! Äh! Du bist so! Ja! 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 rait in die Ball all the way to the Endzone. I'm sure they're looking for more of the same right now. Oh absolutely! That's what you always watch, you want! Oh! Ja sie beidem была Linie am Baller B! Wieso hab doin inherין drei äh... inseculdade die Schrainer in die Ballregen. Aii! Nein! Jetzt wäre ich so lange dahaidisetzание durchgekommen weg, der hätte bereits den Touchdown gemacht.. Nein. Nice. Wieso hast du den dalla hat? monuments hohe! Ich bin nicht schlecht! Nein! Nein! Alter! Hast du da noch viel lang auf der Scheiche geblieben? Ja! Gegen drei so einen Schränk. Mein Linebacker ist bis zu dir vorne gekommen. Er hat mich viel zu frei abgekauft. Ich habe es gesehen. Das passiert manchmal schon, dass er wirklich ins Leere hat. Hey, was mache ich? Was mache ich? Wieso? Ah, shit. Hast du am falschen Pass gespielt? Ja. Ich wollte ihn ganz links draussen. Ja! Nein! Ich habe es nicht gesehen. Das ist so eklig. Du siehst es wirklich nicht kommen. Ja. Aber das geht auch. Das ist vermutlich auch das Problem. Auch bei den richtigen Quarterbacks. Du schaust dann einfach nur die, die du anspielen kannst. Ja. Du musst einfach auf deine Defense vertrauen. Also, ja. Ah! Wieso bist du jetzt auf Gumpet? Ich habe es auch so gefangen. Ich habe es auch so gefangen, wie man auf Gumpet. Es war ein Versägen. Aber jetzt weiss ich wie. Das ist gut. Ich habe es auch so gefangen. Hä? Alter! 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 Das war ein Fake-Run. Alter! Ich habe es selber nicht gesehen, wie das funktioniert. Darum bin ich ein bisschen komisch gesehen. Die Fakes sind noch recht easy. Wenn sie funktionieren. Ja. Ja. Wie regelt es eigentlich? Ah, nein. Ja, wie weiss. Das ist dann auch in der Touchdown Zone. Mhm. Oh, Biersi. Oh, Biersi auch. Ja! Hey, wieso? Ich kann schon wirklich den Spieler wechseln. Wie wechseln ist da der Spieler, Mann? Nicht auf B. Ohne Scheisse. Ich habe B gedrückt, aber tausend Mal. Aber nichts passiert, ey. Das läuft. Äh, Keinein. Das check ich jetzt überhaupt nicht, Mann. Gut. Dings, wir werden langsam besser, ja? Ja. Ja, das ist Übungssache. Irgendwann kennst du doch die Spielzeuge und weisst, welcher Knopf die Wände drücken muss. Oh! Nein! Ich habe gedacht, das fasse ich eh nicht. Einer schlägt da nicht. Ja, ich war mir besser. Ja, aber... Das ist ja nicht so großartig. Ja, ich weiß. Deine Manns hat jemanden drückt, ist er nicht Ovendin zu groß. Ja, das ist gut. Ja, der Manns hat jemanden auf der Autohle und liebique. Herzogel, der Mann, 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 das war eh.